Herzlich Willkommen meine Lieben, heute zu Besuch, gestern war David Scheller hier zu Besuch, es war die Einführung, die erste Premiere für dieses Format, tatsächlich gestern, das erste Mal auch. Heute ist eine Premiere, das erste Mal live dieses Format. David Scheller werdet ihr auf YouTube bald zu sehen bekommen, jetzt aktuell hier Robert-Victor-Minnig. Eine unglaubliche Stimme, die auch seit anderthalb Stunden bei Einfach-Konsten war. Nein, ich bin ja hier. Entschuldige mal bitte, jetzt werde ich ja geladen, ich kann ja jetzt nicht als Pippi Lanz schon fragen. Hallo, geht es euch allen gut da draußen? Cooler Typ, also ohne Worte werdet ihr ja merken im Laufe dieser Dialoge. Und im Grunde wird es heute so laufen, dass ich mich nur ab und zu mal dazwischenhake und Robert einfach hier freie Bühne kriegt und seine Charaktere der letzten 30 Jahre Film, Funk und Fernsehgeschichte mal auspackt, was er so gebastelt hat. Dazwischen werde ich wie gestern natürlich auch, aber das habt ihr ja noch nicht gesehen wie gestern, werde ich auch emotional mal dazwischen kretschen. So ein Künstlerleben gibt halt immer irgendwie die Möglichkeit irgendwie auch den Menschen jetzt dann mal dahinter zu zeigen, wenn man immer mehr oder weniger privat hier sitzen hat. Das hat gestern super geklappt und ich weiß, David und du, David Schellner und du, ihr seid... Naja, er ist die türkische Version von mir, ich bin ja der Ältere. Und er hat gestern noch auch großen Spaß gehabt so und er ist ja nicht so wie du, du bist sehr extrovertiert, ich muss so eher lockern im Gespräch auf jeden Fall. Für mich habe ich aber ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, aber jetzt habe ich natürlich durch die Hintergrundinfo, der hat auch nicht so oft Interviews gemacht, das ist nicht so sein Ding, hat er auch so gesagt, macht er eigentlich gar nichts, so er macht das nur jetzt hier mal ausnahmsweise für mich so ungefähr. Der hat einen coolen Manager, der ist auch mein Manager, den hast du auch kennengelernt, ne? Der ist auch mein Manager. Not bad, man. Tatsächlich ist es so auch noch zusammengekommen, aber das stellt sich jetzt gerade erst heraus. Super. Und wie ich in der Stunde, bevor wir hier eingestellt haben, auch mitbekommen, du hast ein unglaubliches Repertoire an Witzen. Ja, also bis zu 2.000, also wenn du auf einer Party mit mir dann bereit bist. Bis zu 2.000. Alter, ich sitze nicht ein nach dem anderen, bei mir geht es ja nur noch nach Genre. Was sagt ein kurzsichtiger Gynäkologen? Gib mir einen kurzen Genre vor. Gib mir einen Genre mal. Was sagt Arztwitze, Franzosenwitze, Ostfriesenwitze? Naja, Franzosenwitze habe ich voll keinen. Ich auch nicht. Ich weiß, wovon er redet. Ich bin halber Franzose und meine Mutter ganz und ich habe keinen Bock mehr. Und der Lappatrie, der jour der gläht, aller weg. Französ. Ja, aber was es doch alles gibt? Was hat ein kurzsichtiger Gynäkologe und ein Rauhaardackel gemeinsam? Eine feuchte Nase. Die kurzsichtige Klebe. Die Vorstellung alleine. Aber Herr Doktor, Entschuldigung, ich glaube, Sie haben ein bisschen Ausfluss. Klebe ist so ein Scheiß. Das könnte eine sehr unterhaltsame Stunde werden, wie ihr hört. Aber einer meiner Lieblingswitze habe ich schon vorhin erzählt. Darf ich die nochmal wiederholen? Ja, klar. Ich bin nochmal lustig. Geschäftsmann kommt verfrüht von der Geschäftsreise wieder. Vor der Schlafzimmertür ist eine Frau, zwei Italiener. Er. Was geht's hier vor? Nix vor. Das ist Don Mario Dandu. 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 Nix vor. Nix vor. Nix vor. Kapisch? Das ist geil. Ich liebe dich. Ich stelle mir den Witz dann so als Witz vor Karikatur. Ja, wie so bei den Zeichentrickfilmen. Gibt ja Werner, finde ich auch. Die ersten finde ich schon nicht schlecht. Du denkst direkt bildlich? Ja, ja. Das habe ich auch ganz oft. Ich bin gleich visuell. In dem Moment, wo ich mir erzähle, sind das auch dann die Figuren, die ich dann spiele, sie dann praktisch während ich den Witz erzähle. Habe ich am besten auch. Also wenn es ein Witz ist oder wenn es eine Geschichte ist, die erzählen, dann arbeite ich am besten mit Bildern. Einfach so, dass es für mich auch gut aussieht. Ja. Allein deswegen. Ja, so Vorstellungsgrad. Das ist erstmal eine Kontrolle auch, bevor ich das präsentieren will. Ja, verstehen Sie, was ich meine? Sodass man es wirklich bildlich macht. Anfassbar. Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch ein super Gedicht am Start. Hau raus. Die Katze sitzt vorm Mauseloch, in das die Maus vor kurzem kroch und denkt, hier wird nicht lang ich. Die Maus, die fange ich. Die Maus, die doch in ihrem Bau denkt, ich bin so winzig, da bin ich schlau. Ich rühre mal nicht von hin, ich bleibe drin. Gar plötzlich hört sie statt Miau. Ein laut vernehmliches Wau Wau, lacht die arme Katze, der Hund der Hatze. Jetzt muss sie aber schleunigst flitzen, anstatt vor meinem Loch zu sitzen. Doch leider nun, man ahnt's bereits. War das ein Irrtum ihrerseits. Denn als die Maus vor das Lok hintritt, das war ein winzig kleiner Schritt, wird sie durch Katzenfotenkraft hinweggerafft. Danach putzt sich die Katze die Pfote und spricht mit ihr eigenen Note, wie nützlich ist es dann und wann, wenn man eine fremde Sprache kann. Herrlich. Ich liebe den Heinz Erhard, ich liebe ihn dafür. Der hatte einen Sprachwitz, der Mann, bei dem beginnt ja fast alles mit ein. Eugen Roth auch. Ein Mensch meint gläubig wie ein Kind, dass alle Menschen Menschen sind. Oder ein Mensch hat das, ein Mensch erblickt das Licht der Welt. Das ist auch sehr tiefgründig. Ja, da kennst du ja so Leute, die dann gerne in den Theaterkneipen, die können ja dann noch Shakespeare rezitieren. Nach der dritten Flasche Rotwein erzählt er dir dann, dass er eigentlich Gott ist. Ja super. Ich bin weg. Und ich konter dann immer so durch, weil mein Leben lang er ist, bis ich merkte, dass ich Gott bin. Und er, gut gekontert. Ja, mach mir mal noch ein Whisky Cola hier mit deiner Rotweinsuppe hier. Diese Alibi Alkoholiker, aber dann gleich drei Flaschen. Nur noch Wein. Ich trinke nur Wein. Nur noch Wein, aber so eine Knolle. Die Nasen. Habe ich auch so ein Jahr mit Wein rum. Ja, ja. Ich trinke nur Wein. Und dann habe ich halt mittags schon die Flasche aufgemacht irgendwann. Ja, das ist eine Gewohnheit einfach. Eine halbe Flasche Rotwein drin. Frühstück war dann nur noch Käse und ein bisschen Weißbrot. Ansonsten Block, Block. Ja, ne. Nur getrunken. Nur getrunken und Kaffee. Dann irgendwann geschlafen und dann aufgewacht und gegessen. Da kann ja auch unser Kollege einige außergewöhnliche, wie soll man sagen, biochemische Selbstversuche, sage ich immer. Ich habe viele Freunde, die haben sich gleich rein geballert und das ist für mich das faszinös. Also wenn ich jetzt nur Professor der Medizin wäre, deren Blut, die sind gegen alles resistent. Die sind ungeimpft, die kannst ja alles. In der letzten Kellerbade war eine Hengse im Winter. Morgens erst mal ein Doppelkorn, Frühstück. Und dann marschieren die los. Wie marschieren. Ich so, alter, kann ja nicht wahr sein, der muss doch schon zehnmal tot sein. Weil der sich schon viel Dreck rein getan hat. Und nie Sport gemacht. Nix. Ist ja bei mir genau das gleiche. Du siehst aber noch fit aus. Jetzt kriege ich so langsam die Klatsche dafür, dass ich halt nie meinen Körper gepflegt habe. Ja, das ist ja bei mir auch. Mit der Muskulatur. Bei mir genauso. So, das hat sich jetzt ganz böse gerecht. Aber ich bin auch ziemlich schnell wiedergekommen, nachdem ich jetzt vier Jahre gehört habe, das ist die Klatsche für dein Leben. Ja, ja. Ist aber schuld. Kann man nichts machen. Hast du einen Tumor, Leukämie. Ja. Alles Mögliche wurde mir erzählt. So, und letztendlich war so eine Operation. Ja, ja. Wie bei dir. Die OP. Die OP. Hinten Bandscheibe. Drei Wochen, vier Wochen Ruhe. Oh. Drei Wochen dann in die Reha. Und zweite Woche Reha habe ich schon keinen Schmerz mehr gehabt und habe gedacht, Alter, da geht noch was. Alter, da geht natürlich noch was. Ja, geil. In der dritten Woche habe ich gar keine Pausen mehr gemacht. So zwischendurch war mal eine halbe Stunde, hätte ich in den Ruheraum gehen können. Ja, ja. Was? Ja, ja. Die müssten aber wegen Krankenkasse Kohle machen. Nee, nee. Es war einfach dann, das ist immer so halbe Stunde, halbe Stunde dies, halbe Stunde Wirbelsäulengruppe, halbe Stunde Schmerztherapie, halbe Stunde dies, halbe Stunde Massage, halbe Stunde Physio. Ach so, ja, ja. Hast du auch Solarium bekommen? Wärmebestrahlung? Strom, Fango, Fango. Ja, Fango. Fango, genau. Aber halt dieses Konstante über drei Wochen, so eine ambulante Reha hat mir sehr gut geholfen und halt auch, dass sie mich in die richtige Bewegung gezwungen haben. Das musst du machen, um da wieder, weißt du, aktiv zu werden. Ja, ja, ja. Vor allem auch diese neuen Bewegungen. Ich bin nun auch Sportler, aber ich wusste ja nicht, wie der das meint. Tiefenmuskulatur. Ich hab doch Hohlkreuz. Nein, das ist genau richtig. Tiefenmuskulatur aktivieren. Und wenn du das vor Schmerz... Ja. Bei dir war es schlimmer als bei mir. Zwei, drei Jahre jetzt eigentlich gar nicht mehr richtig aktivieren können, weil ich ständig Schmerzen hatte und das letzte Jahr halt akut. Das ist aber auch ätzend, dein Leben mit Schmerz. Ja, jetzt, guck mal, aber drei Wochen Reha und ich bin wieder fitter. Das ist doch echt gut hier laut aus, muss ich betonen, ja. Ich hab mittlerweile die ganze Wohnung renoviert und so. Und das geht gut vorwärts jetzt wieder. Das gefällt mir. Und ja, also es ist immer noch Land in sich, weißt du. Also egal, in was für einer Situation. Also ich hab schon nicht mehr an Rettung geglaubt. Aufgeben? Aufgeben ist keine Option. Wird meine aufgeben niemals. Da gibt's bei mir... Ich wohne bei mir zu Hause wie bei Wolfgang Neues, der Nachkriegskabarettist, der in meinen Armen verstorben ist. Am 05.05.1989 in meinen Armen. Und bei dem hab ich dann festgestellt, also so, wo du sagst, niemals aufgeben. Und er hat an seiner gesamten Wohnung überall Fotos von Kollegen, von Mitarbeitern, von der Reichskabarett, der Komiker. Und dann, wenn er mit dir geredet hat, hat er gesagt, ja, und damals als Lord Knuth. Und zeigst du es nur hinter sich. Und da war noch ein Foto von Lord Knuth. Und dann zack, zack. Und so ungefähr sieht meine Hüttehaut raus, weil ich so visuell bin. Und hab überall so Bilder, die ich dann... Ich hab so drei Altäre, Bilder von meinen Kindern, zack, zack, dann Comics, zick, zick. Und wo du sagst, niemals aufgeben. Ja, so Selbstsuggestion. Und dann siehst du, niemals aufgeben, so ein Storch, der einen Frosch im Maul hat. Aber der Frosch wirkt ihm am Halt. Ja, ich kenn das mit. Kennst du das Ding? Ich kenn das mit. Ist das von Olli Stein? Ja, könnte Olli Stein. Ja, könnte Olli Stein. Ja, könnte Olli Stein. Sensationell. Nee, Alter Auto. Und dann guck ich rauf. Und dann gerade, wenn ich wieder mal zu viel Soffen hab und war richtig runter. Scheiße. Kennst du doch. Und dann seht das Ding so, niemals aufgeben. Und dann geht's auch. Kein Aufgeben, kein Rückzug. Ich weiß, der Frosch, der da drin hängt und den Storch richtig wirkt. Ist der Note Submission geil. 300. Das ist sehr geil. Das ist Sparta. Also da funktioniert die Bildsprache sehr gut. Sehr, sehr gut. Dabei finde ich auch erstmal gut, dass du dieses Format hier, Leute, immer wieder einschalten, wenn der Mann online oder on-air ist. Ich finde es gut, dass es die Möglichkeit noch gibt, einfach jetzt, ohne jetzt sich selbst zu beweihräuchern, auch mal so. Das Leben eines Künstlers ist auch nur morgens scheißen gehen, essen und überleben. Also ich als arbeitsloser Schauspieler bin froh. Wurde hier sehr gut behandelt, hatte eine sehr leckere Pizza. Ihr seht, ich bin versorgt. Ich würde gerne eine Zigarette rauchen, wenn es möglich wäre. Obwohl Rauchen ungesund ist. Dürfte ich gerne rauchen? Meine Mutter schickt mir jeden Monat eigentlich eine Postkarte. Mach die Tür zu. Ich will durch. Und kopf durch die Wand wieder hin. Habe ich auch eintätowiert. Also ich bin... Mach die Tür zu. Ich will durch. Bäh. Mach zu. Ich will durch. Diese Doppeldeutigkeit oder Züngigkeit. Ich bin ein tierischer Fan noch von neurolinguistischem Programmieren. Wenn ich mit meinem Angebot unter deiner Preisvorstellung liege, sind wir doch schon Partner. Bitte hier unterschreiben. Weißt du aber, diese NLP, ne? Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Und wenn nochmal das Geld nicht reicht, bei Victor lachst du fehlerleicht. Weil du wusstest schon früher, ne? Weißt du aber, dieses Geschmeidige. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Das hätte nämlich stark an die Zintus von früher, wenn sie einem Teppich hier verkaufen wollen. Ja, ja. Kudosch. Genau die Nummer. Das habe ich vom Kettenpeter. Der hat mich zu neusten gemacht. Der ist wie das Wochenende am Flohmarkt. 17. Juni verkauft Kronenleuchter. Und der hat diese Drücker, der war Drücker damals. Von Tür zu Tür. Der hat Verkaufssprüche drauf. Aber richtig noch so Oldschool. Alte Berliner Schule. Und ich rate Ihnen, nehmen Sie drei, zahlen zwei. Die Nummer, was kennt man ja. Ich habe mit dem Zintus zusammengesessen. Der konnte ich lesen und ich schreie immer. Der hat, als der Osten aufgemacht hat, der hat allen alles verkauft. Kann nicht wahr sein. Richtig. Und hat richtig Kohle gemacht. Ja, ja, ja. Also die haben dort gerümpelt und sind dann wieder zurück im Westen. Export, Import. Die haben die ganzen schönen alten Möbel aufgekauft. Teppiche. Alte Antiquitäten vom Feinsten. Für Apfel und Eigenschaften für D-Mark halt. Geil. Ich habe damals der MAE gemacht vom Jobcenter als arbeitsloser Schauspieler. Und da sind wir auch. Wir hatten in der Nähe Zitadelle ein Möbellager. Da sollten wir die Teile von Wohnungsauflösung verstorbener älterer Leute. Da sollen wir sie hinfahren, weil sie dann dafür, Hartz-IV-Empfänger, können die dafür kleines Geld gratis dann mit dem Schein bedürftig. Also Möbellager. Und nur den Rest schon abwillen. Was ja klar. Und dann gab es immer Boxschutz. Alter, ich geh immer nach jeder Schicht. Boxschutz. Und ich schiff meine 40 DM halt da schön. Kifferia. Was willst du denn da mehr? MAE und krieg auch noch 180 vom Staat. Und dann mag ich da gerne meine Hände. Und der Händler einen guten Schnapp gemacht auch. Aber sympathisch. Also jetzt nicht richtig kriminell, sondern ganz logisch. Nee, da ist immer ein Schmuckstück dabei, was wirklich im Verkauf kann. Ja, das sind wirklich Schmuckstücke dabei. Ja, ich weiß. Alte Jugendstil-Möbel. Mein Küchenschrank, den du eben angeremmelt hast, der ist genau so eine Nummer. Der ist gerümpelt. Ich liebe so was. In der Therapie. Da musst du aber auch ein Auge dafür haben. Hier auch. Schön auf Gehrung. Schöner Tisch auch. Wenn man sich bei Tischlern auskennt. Ich achte auf sowas immer. Ja, schön, da machst du voll sein. Ja. Das soll ja dann... Das meine ich. Aber das ist wie auch meine Klamotten. Korthose. Ich bin so ein Second-Hand-Freak. Eine meiner Klamotten, die du an mir siehst, ist von Kumpeln. Weil das nicht mehr tragen kann. Das ist auch so eine von der Sonne geküsste. Hast du viel Cola. Red Wings über 300 Euro Schuhe. Ja, du hast auch Schuhe größeres 42. Nimm die mal. Ich trage die nicht. So ist der Traum. Aber nehme ich doch gerne mit. Das sind gute Freunde. Das hat Marlene Dietrich mal gesagt. Gute Freunde. Marlene Dietrich liegt 17 Meter vor meinem verstorbenen Vater am Bundesplatz auf einem sehr schönen Friedhof. Und Marlene Dietrich hat mal gesagt, wirklich gute Freunde sind die, die man um 4 Uhr morgens anrufen kann und die nicht sauer sind. Ja, ja genau. Und ich bin nachtaktiv. Ich bin nicht umsonst bettend, habe Schlafstörungen. Alle Paranoia in meinem Irrenhaus da. Das ist ja so laut. Also ich bin sehr sensibel. Und dann genau in der fünften Straße, auch nur in der Vorzeigewohnung. Ich habe da eine Geräuschkulisse. Da kann ich wirklich nur drei bis vier Stunden schlafen und muss aber vorher richtig hier das Zeug geraucht haben. Was sonst? Du hast ja dauernd Geräusche. Einer macht die Tür auf, einer da. So Arschloch. Deswegen will ich in keinem Block leben. Ja. Mein Haus sieht aus wie ein Knast. In so einem Mietshaus. Hier hast du auch deine Probleme. Ja, ja. Hier und da. Die sind ja übersichtlich. Aber hier, wir haben tatsächlich viel Glück. Hier wird auch mal irgendwo im Haus eine Party gefeiert, aber das eher selten. Ich glaube mit so. Wir sind sogar so halbwegs die lautesten hier in der Bude. Das würde ich gerade sagen. Aber so wirklich beschwert hat sich noch keiner. Aber dein Hund ist sehr gut erzogen. Also als Rüdel, auch so leise im Hintergrund. Gefällt mir so. Der ist bei Frauchen gerade, aber ja. Aber sonst ist das ja ein kapitale Tier. Ist ja kein kleiner Dackel. Wisst ihr, mein Rauhaardackelwitz von vorhin. Was hat ein kurzsichtiger Gynäkologe und ein Rauhaardackel gemeinsam? Eine feuchte Nase. Aber niedlich. Ich finde den nicht schlimm, auch nicht sexistisch. Gibt es so Leute, die halten mich für einen Zuhälter wegen meiner tiefen Stimme. Was schenkt denn der Zuhälter seiner Nutte zu Weihnachten? Die andere Straßenseite. So einen Typen lernst du dann im Rollenstudio kennen. Ich spiele immer Bösewichter. Und ich muss mich ja auch auskämmen, wenn ich einen albanischen Menschenhändler spiele. Dann gehe ich ja jetzt nicht zu McDonalds und hole mir dann eine Cola, sondern ich muss dann auch recherchieren und dann mich mit solchen Leuten treffen. Sonst wirkt das dann für euch Zuschauer, die bin ich euch schuldig, nicht authentisch. So sieht das aus. Da bin ich direkt hier bei deinem, was du mir eben gezeigt hast. Das Ding, dieser kleine Schwarz-Weiß-Film. Mein Kurzfilm, einer meiner besten. Der Hund, wow. Den empfehle ich. Zwölf Preise hast du dafür. Zwölf Filmpreise, ja. Zwölf Filmpreise abgesagt. Kurzfilm vom Feind von Der Hund. 1998, Regie Clemens Schönborn. Ich, äh, Hauptdarsteller und ich spreche euch den Film mal vor. Und ziemlich skurril. Also einfach reingucken, wird euch gefallen. Hund. Clemens Schönborn. Das Hund, du Hund. Ja. Nicht Snoopy. Das Hund. Also ich hab's ja auch direkt gesehen. Ich hab's die erste Minute gesehen und hab sofort gesagt, okay, das ist so Hund-Mann-Beißt-Hund-Style. So. Und guckt euch das an auf jeden Fall. Ich bin, also ich werd's mir definitiv komplett geben. Morgens anrufen kann die zählen. Die Freunde, die man um vier Uhr morgens anrufen kann, die zählen. Oder? Die Süße Maus, oder? Die war ja nun auch nicht ohne. Marlene hat ja auch ganz schöne Baller. Darf man nicht vergessen. Also man denkt immer, die Schauspieler, ja wir machen ja nichts. Nee, das denkt keiner. Das denkt keiner. Das denkt keiner. Wen mach ich denn gerade fürchterlich nach? Alter, ich mach mir ne gute Performance. Bisschen guter Typ. Hier ist das noch 500 DM. Til Schweiger. Ich weiß mehr. Til Schweiger hab ich geistiger gedreht. Bin ich auch einer der Killer. Ich bin Til Schweiger mein Freund liebst. Dass er so redet, weil er noch nie Drogen genommen hat. Na, dann weiß ich auch nicht. Da warst du noch nie beim Hals-Nase-Ohren-Nase. HNO. Verstehst du? Mit dem Hals-Nase. 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 Da gibt's auch einen bösen Witz. Typ mit dem Wasserkopf und einer mit einer Hasenscharte sitzt in der Sauna. Sagt der mit der Hasenscharte, Jenschen, Hals her. Und der mit dem Wasserkopf. Pssscht. Na, T-Kessel, da bist du ja die alte Welt. Aber das ist da nicht schlechter Teil gekommen. Ich war ja damals mal Warm-Upper, bevor ich Moderator und dann Schauspieler wurde. Und da musste ich so vor Fernsehsendungen Witze erzählen, damit das Publikum lacht und auf Konserve kam, damit nachher dann, wenn auch keiner gelacht hat, der Lacher eingespielt wurde. Damit der Witz trotzdem witzig von den Darstellern wirkt. Dafür musste ich meine besten Witze vorher erzählen, damit die Lacher kommen. Kapisch? Kapisch. Meine Witze Lacher, aber seine schlechte Witz trotzdem Lacher. Bist du blöd, Zuschauer? Musst du gucken. Musst du richtig gucken? Verstehst du gucken? Ehrliche Preise. Kommst du näher? Kommst du ran, Alter. Mach ich dir einen guten Preis. Komm. Komm hier um die Ecke, alle gucken. Komm mit, Alter. Guter Preis. Ja, aber ich wollte doch noch Haribo kaufen. Ja, aber ich hab die neue, fruchtig. Komm. Haribo macht Kinder froh, Alter. Komm mit, Alter. Ich bin Influencer-Halter. Ich bin Haribo, Mann. Mach ich Kinder froh. Komm mit, jetzt. Aber ich will doch gar keine Karte kommen. Halt die Schnauze. Das ist ja auch ne kleine Filmszene. Da bin ich hilflos ein Tourist, aber ich will kein Haribo. Das ist ein Wort immer. Und dann kommt natürlich der Trailer. Haribo macht Kinder froh. Und Erwachsene eben so. Das meine ich ja. Aber das macht ja auch Spaß an dir. Das ist ja alles wirklich so wie das, ja. Das ist ja auch kein Hallo zu. Das ist einfach nur Wasser. Ja. Den finde ich ja auch geil. Warte mal. Ja, guck mal hier. Also, wie ihr sagt, mein Onkel ist Zahnarzt. Und der Problem ist ... Der ist mein Mentor, der ist einfach schon drüber geredet, Wolfgang Neus. Guck mal, David Schöner. Wie böse guckt neben mir. Ja, richtig gut. Alter, oder wir Bäder auf meiner Bank kommen sie raus. Theoretisch hättest du jetzt all diese Bilder schon vorher bei uns abgeben müssen. Damit die Zuschauer auch sehen, was sie da sehen. Wir sind doch nicht bei groß sieben. Also echt, ihr macht ja wieder auf Eta Rea. Der kriegt nachher noch Champagner. Ich schwöre. Er macht hier vorne auf Independent und nachher macht dann ... Überhaupt gar nicht. Nein, war ein Witz. Sonst geht der Lacher weg. Das ist der Lacher. Für die Zuschauer. Karim Abdul-Jabbar, Mann, der ein geiler Basketballer gewesen. Wahnsinn. Immer noch. Das ist auch nicht schlecht. Gewaltfrieden. Das war vor dem ersten, zweiten Weltkrieg. Ich spiele manchmal auch was ernsthaftes. Frau wie Viktor. Das war mein V. Wie Viktor. Vendetta. Ja, Worte sind der Ursprung aller Missverständnisse. Manche verstehen die Leute dich dann wirklich falsch. Ich hab's manchmal gar nicht böse gemeint. Ich bin neulich auf der Berlinale wieder so ein Typ, der hat einmal einen Statisten-Drehtag mit mir erlebt vor 15 Jahren und denkt, er ist mein Kumpel. Und kommt gleich so an und umarmt nicht. Da steht ich überhaupt nicht drauf. Haben wir schon erklärt. Nee, hat mir schon. Und dann hat aber eine Braut dabei. Hey, das ist Robert Viktor. Hey, voll geiler Film. Willst du mich? Der ist voll geil. Und denkst du, du, mich erst mal befreit von ihm. Sag mal ernsthaft, deine Eltern sind doch Geschwister. Genau. Wie das bei ihm gesagt ist. Das war so richtig wie so eine Sprachbombe. An die Delz. Oder er hat sich erwischt gefühlt. Nee, nee. Kannst du tanzen? Tanz ab, du Vogel. Was fässt der mich da an? Das kann ich auch nicht haben. So gar nicht haben. Auch diese Piekser hier. Ich mach's jetzt immer weiter. Ich bin Junge. Verstehst du? Ja, ja. Die Lüge. Da gibt's sogar bei Männerwirtschaft eine CDF-Serie damals. Männerwirtschaft? Hieß das? Zwei Männer, die zusammen wohnen. Und immer, wenn der andere in einer Letrieze stört, dann mal vorne und immer auf die gleiche Stelle. Aber ich hab dir doch gesagt, immer so aufs Flüschelbein. Du bist auch mal ein... Walter Matthau und irgendein anderer Amerikanischer. Der hieß Männerwirtschaft. Weil, war so... Gibt's hier auch von den englischen Comedians hier, wie heißen die denn hier? Die... Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Ja, ja, ja. Aber in dem Stil. Der gibt's den auch. Und er hat dann so einen dicken Pulli an, damit die Oma... Ja, immer wieder. Weißt du, damit es geht nicht durch die Schafs, sondern durchs Herz. Ja, genau. Die sind triggern. Ja, genau. Der würde mich durchdrehen, Alter. Der würde mich triggern. Nee, das war... So brech ich dir das Handgelenk. Also schaffst du es zweimal höchstens. Sag mal, knack. Was ist denn hier los? Hier, da mit meinem Mentor, das war dann kurz nach seinem Tod. Jeden Morgen Frühstücksdiktator mit ihm zum Frühstück. Wolfgang Neuss und ich damals noch sehr jung, wie du siehst. Das ist 19-jährig. Das ist die Zeit von dem Track, ne? Ja. Sozusagen. Sozusagen. Naja, als ich... Ja, ja. Das ist die Zeit. Ja, das ist die Zeit. Das ist die Zeit. Weißt du ja meinen minderwertigen deutschen Rap? Nee, nee. Ich war ja viel Sack in Franks. Mein minderwertigen deutschen Rap. Nee, ab und zu. Aber auf jeden Fall vor Fanta 4. Die kam danach. Ja, fand ich schnell. Also dann ledig auch Werthoff. Das ist die deutsche Rappe, ja. Know what I'm saying? I'm from GAC, as we all can see in the place to be. Das ist André. 21. Erster. Wassermann. Nicht vergessen. Na, warte. Ich denk da dran. Du kriegst du mir jetzt immer Hax zum Geburtstag, wenn du willst, kriegst du Pralinen oder was auch immer. Pralinen. Ey, Toppie. Toppie ist doch nicht schlecht. Der Blommenzieher. Als Kind ja hastig. Hat er immer schlechte Zähne. Mit Zähnen geknirscht. Und ja, dank gutem Zahnarzt hab ich's wieder eigenermaßen im Griff. Ich muss ganz dringen demnächst. Ja, aber du kriegst zu meinen, gehst zu meinen. Der ist im Wedding. Hammer Typ. Kannst du ihn fragen. Das ist aber wie er. Im Gegenteil von mir. Der ist für Angstpatienten. Der redet so leise. So. Jetzt machen sie mal den Mund auf. Wenn der dir eine Spritze gibt, die Max hat. Fühle ich gut beim Zahnarzt. 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 Der Stakkate und diese tiefe Stimme, denen wurde richtig übel. Hör mal bitte auf so schnell zu reden. Bitte hör doch mal auf. Und ich so, was ist denn los jetzt hier, Kleiner? Kleiner mit dir spielt. Okay, dann mit der Kalle. Mit mir spielen alle. Na, was ist hier? Oder willst du jetzt nach Hause in der Puppe? Aber dir ist schon bewusst, dass du für viele Menschen sehr anstrahlen kannst. Im Militär gibt's Infraschallkanonen. Die beballern dich. Und das ist auch meine Waffe. Du wärst so ein super Drill-Instructor. Ja, auf jeden Fall. Runter. Private Baller. Schönen Arsch runter. Na du, im Bootcamp. Eine Schwule oder ein paar Stiere. Ein Stier siehst du nicht aus. Aber da fängt mir wieder ein guter Witz ein. Stell dir vor, André, du sitzt im Panzer. Links ich, rechts auch freie Fahrt. Das ist der Panzerwitz. Militärwitze. Doch ein anderer. Pass auf auf. Meiner meiner Lieblingswitze. Treffen sich zwei Generäle. Sagt der eine, gestern in der Oper gewesen. Und Beethoven gespielt. Und? Hat gewonnen? Hat gewonnen? Hat gewonnen? Generäle. Das ist auch so. Dieses Kastendenken. Das ist alles so eine Neusswitze. Apropos Neuss. Kann ich mein Lieblingsgedicht von Neuss rezitieren? Ja, da. Wirst du sehr gerne. Ein geiler Typ gewesen. Also wegen dem bin ich Schauspieler geworden. Sonst wäre ich jetzt auf Köthe Gymnasias, hätte ich Medizin studiert und würde dir wahrscheinlich einen neuen Popo machen, wenn du willst. Nee, will ich nicht. Aber, ja, aber. Danke für sein Gewuss. Will ich nicht. Aber komm, ehrliche Sache. Nee, nein, pass auf. In der Blüte meiner blauen Tage spürte ich, dass Spaß ein Luxus war, den man mit einer Apotheker war. Der war ansetzlich rar. Und das Land der Dichter und der Henker. Ach, es war im Antlitz Grau vor Rauch. Ohne Inhalt blieb so mancher Konjak-Schwenker. Ohne Leere litt so mancher Kopf und Bauch. Da beschloss ich ungebeten Spaß zu machen für Proleben. Etwa so. Komm ich neulich nach Hause, sag zu meiner Frau, sag. Nicole, wo ist denn der Staub auf der Kommode? Der muss wirken. Der beschwert sich, dass sie sauber gemacht hat. Er hat sich da ne Nummer notiert. Ich hab mir da ne Nummer notiert. Die haben damals Reichskabarett, die waren die drei Wolfgangs. Er ist ja nicht so krank geworden, weil damals Wolfgang Müller bei seiner letzten Flugstunde sich aufgeraucht hat in der Cessna. Er wurde auch beerdigt. Rainer Langhans, die Fotze, hat ein Video davon gemacht. Er kriegt sowieso ne Schelle. Du Langhans, die Kommune. Kackhaufen, du. Ist doch da Beerdigung von meinem Mentor. Hä? Komm, komm. Nee, ernsthaft. Er kriegt sofort Schelle. Nee, und. Er hat so Leichenflatterei. Da kommt die Jude zur Neustbeerdigung. Hat er um 15 Minuten Ruhe gebeten. Hat die ganze Kapelle ruhig. Selbst seine durchgeknallte Tochter, die noch lebt und aussieht wie er. Da kommt nach 10 Minuten Wolf Biermann in die Kapelle mit seiner Klampfe vor den Sarg von Neuss und fängt da an Gitarre zu spielen. Na alter Hohenstein wollte dem richtig einen reinziehen. Du musst dir auch vorstellen. Er wollte 15 Minuten Ruhe, weil er sich nicht mehr wehren konnte. Das Schandmaul Deutschland. Der hatte auch damals den Gärtner verraten bei dem Krimi. Das war richtig. Neuss war schon ein Randgruppenkönig. Ich bin auch ein Randgruppenkönig. Da bin ich auch stolz drauf. Ich bin nicht so einer, der immer mitschwimmt. Ich muss lieber untertauchen. Ich bin Taucher übrigens. Auch noch. Vielleicht bin ich demnächst dein Bademeister hier. Vielleicht bin ich bald dein Bademeister. Hallöchen. Hab mal lieber eine lange Badehose. Das ist ja auch nicht so. Oder? Dann kennst du doch. Das ist ja wegen Liebe solche Sachen. Kann eh wahr sein. Da gibt es auch diese homosexuellen Witze, die auch nicht böse im Meistern sind. Nur Helmut. Lass dir mal Watt den Bäuschen fallen. Der Baum ist so schön. Das war natürlich. Wenn du Witzeerzähler bist. Alle Genres. Wenn du so ein Warm-up machst. Das ist ja heute auch viel. Bei den Lachern musst du ja gucken, wer über was lacht. Viel bei Comedians. Dass man eigentlich so das sagt, was sich keiner traut zu sagen. Und es so sagt, dass es halt irgendwie das eigene Denken anspricht ganz oft. Finde ich wichtig. Und wenn sich das Leute... Funktioniert ja zum Beispiel auch Felix Lobrecht. Ja. Indem man einfach die Dinge... Oder Kurt Krömer haben wir auch erwähnt schon, ne? So eine Behinderte. Da macht man keine Witze drüber. Ja. Also ich finde es schon gut, dass das funktioniert heute. Das ist halt eine Art Humor, die du so vor 20 Jahren... Ich bin auf der Deutsche hier. Der deutschsprachige Grau. Ihr seid ja alle so Fußballverliebte. Ich wohne am Olympiastadion. Ich hasse Fußball. Jetzt folgender Witz bitte, André. Du wirst ihn lieben. Mittelfeldstürmer einer Fußballmannschaft wird Vater. Der Taufpate hält in der Kirche eine geniale Rede. Kurz vor Ende der Rede gleitet ihm das Baby aus den Händen. Geistesgegenwärtig hechtet der Torwart zur Seite und fängt das Kind kurz vor dem Marmorboden auf. Die ganze Kirche. Bravo! Bravo! Er tippt zweimal auf und schlägt ab. Ich bin Basketballer gewesen. Deutscher Meister 84. Ich werfe Leder gern. Aber diese Ledertreter tut ich. Ich wohne am Stadion. Jede zweite Wochenende kriegst du eine Macke. Richtig gruselig. Ja, die glühen ja schon sehr. Die sind am Nachmittag schon voll besoffen und krölen da bei mir rum. Und die können ja nicht alle auf den Popo holen. Und denken alle, sie werden sportlich. Das ist das Lustige. Ja. Ich bin mit den Autos, die Schals und alle. Ich bin Ultra. Ich bin 98. 90. Wir treffen uns in einem Parkplatz. Lass fahren. Aber lass uns mal nicht immer über Fußball herziehen. Danke dir. Da machen wir uns keine Freunde mehr. Ja, hast du recht. Ohne Fußball gibt's ja nichts. So ist es gar nicht so. Nee, da bist du ja gefeind. Da bin ich immer auch alleine auf weiter Flur gewesen. Ich hab mich schon lustig gemacht im Knast in der Hannover. Oh, warte. Dann hast du schlechte Karten. Im Fernsehraum mit 23 anderen Dudes. Ja. Oh, oh, oh. Und ich hab begann gespielt mit einem und dann lief ein Fernsehraum ziemlich nah. Dann lief gerade Dortmund. Und ich die ganze Zeit so nebenbei beim Spielen. Ey, wollen wir nicht mal was anderes gucken? Ist doch langweilig. Nervvoll. Und irgendwann dann einer von hinten geschrien. Mensch, halt deine Fresse. Ich hab dann erstmal umgeguckt und sehe so 20 Mann, die mich böse angucken. Mensch, wir wollen Fußball gucken, wenn du spielen willst. Halt deine Schnauze. Alter. Ja, aber die haben ganz andere Gange halt. Ja, ja, ja. Da muss man vorsichtig sein. Weil vorbeugen ist ja besser als Rückenschmerz. Ja, ja. Gerade bei uns mit denen. Ich hab sogar mal einen Artikel in unserem Streetmap. Tatsächlich hab ich da als Lacher. Ich hatte noch nie was am Rücken. Deswegen hat mich das Mutter Bandschein ein bisschen schockiert. War wirklich zwei Tage. Ich dachte, ich schaff's alleine. Aber wie ein Käfer. War doch halbseitig gelähmt. Ich hab in der Plastikflasche gepisst. Ich hab's ja nicht aufs Klo geschaft. Ja, frag mich mal. Leck mich am Arsch. Mich haben sie hier mit Rettungswagenfeuerwehr abholt. Enkelhafter Schmerz. Jetzt weiß ich, wo hat das Wort Hexenschuss kommt. Ich dachte, das wär ein Scherz. Weißt du? Das ist kein Scherz. Ein Hexenschuss tut noch nicht so weh wie ein richtiger Bandscheibe. Ja, das war kein Hexenschuss. So ein Stück raus geschnitten. Also bei mir hat er so ein Stück Bandscheibe, hab ich eine Zeit lang im Kühlschrank als Ekel Beweis. Echt hast du mitgenommen? Ja, ich steh auch soweit. Ich bin eigentlich Mediziner. Ich massier auch gut. Wie ernsthaft? Ich hab Wolfgang Neuss massiert. Ich hab Massage-Pistole, Faszienrolle, ich hab alles. Ich mach hier auch. Ich hab einen Katalog an Übungen. Pass auf, wo du gerade Pistole sagst. Ich spiele immer die Filmbösewichter und auch beim Eisbär mit Til Schweiger bin ich auch. Leo ist Nicole. Ich bin immer der Bösewicht, aber ich bin nicht böse. Wer mich kennt, wisst du. Wo du Pistole sagst. Drei Araber reiten durch die Wüste. Sagt der eine zum Anderen. Hab mir ein Wüste vor. Ja, Mahmoud. Wie spät ist es? Drei Uhr. Puh, schießt er jetzt aus dem Sattel. Der Typ neben ihm. Hey, Mahmoud, warum hast du das getan? Ja, da wusste zu viel. Ist das sowas ledig. Das ist so ein bisschen Kabarett. Aber im Endeffekt ist es ja nur, wie du es dir vorstellst. Der Lacher ist, wie du siehst, wie der gerade aus dem Sattel den bloß von seinem Schatz sagen wollte. Er wusste zu viel. Das ist so geil. Der wusste wie spät ist es, das darf nicht sein. Ja, oh noch. Und woher? Alter, woher? Muss er gucken, serios. Sonne gucken. Hat der Ohr, die Sonne. Päh. Wo du gerade auch die Bösewichte angesprochen hast. Hast ja auch in den Schimanskis mitgespielt. Der war leider nicht böse, aber wurde böse behandelt von Götz George. Der hat ja selbst zu Leseproben ein Lichtdubel geschickt. Also normalerweise Probe einer Szene, gerade bei Schimanski mit viel Action und Peng Peng. Wir waren die Assistenten von ihm, von der Staatsanwältin. Und er ist eben schon etwas älter. Okay, ja. Ich habe das nicht mehr ganz vor Augen. Das waren die neun Schimanskis, nachdem Eberhard Feigthaler gestorben ist. Die alten hatte ich noch mehr gesehen. Ich war in den neun. Ich war in den sechs, neun und das hat mir eine Menge gekostet. Also Herz wie echtes Blut. Nee, und dann kommt es zur Probe. Normalerweise auch dein anderer Darsteller. Textprobe. Ja, und? Wo bist du denn geblieben? Hey, Scholl, bringen wir mal die Pistole rüber. Ja, nein, wir wollen sie nicht alleine verfolgen. Das hätte er nur sagen müssen. Mit uns in der Stellprobe am Kameraset. Ja. Da schickt er seinen verblödeten Theo ein Lichtdubel. So ein Dickerchen, hat aber eine Schimanski-Jacke an. Die gleiche klassische Schimanski-Jacke. Diese helle Schimanski-Jacke eben. Die gibt nur die eine. Nee, das ist so eine Stoffarmee-Jacke. Ah, okay. Das ist die Schimanski-Jacke eben. Ah, ja, ja. Ich kann mich erinnern. Das sieht aber aus, als wäre ein Söldner. Ja, ist aber Söldner. Man hat ja auch gut funktioniert. Und dann schickt er uns diesen Idioten und alle. Steffen Wink, mein anderer Assistent. Matthias Redelhammer, ein sehr guter Theaterschauspieler auch. Alter, da müssen wir mit so einer. Der hat ihm sonst so einen Tee gebracht. Und der Idiot macht das mit uns Textprobe. Und dann kommt die Eminenz Götz-George. Ton ab, lol. Und er hat ja das Stottern etabliert. Wirst du in allen seinen Filmen sehen. Götz-George hat immer. Aber, aber, aber Hans hat doch gesagt. Immer, der stoppert da. Und dadurch hat er die Aufmerksamkeit. Jeder will jetzt wissen, was er sagen will. Ja, ja. Und das ist ein Trick. Ein Mess-und-Ekta-Trick. Auch hier im Bild immer was machen. Zigarette anzünden, Wasser... Vielleicht ist das eine Sprachbehinderung? Nee, nee. Der hat es benutzt. Okay. Hat er diese tatsächlich, oder hat er das... Also meiner Meinung nach, nach sechs Teilen, bin ich der meiner... Nein, er hat es benutzt. Er hat es benutzt, okay. Damit man eben diese... Was will denn? Schwarz-Win-Schumanski? Das gehört zu seiner Rolle, ne? Ja. Vielleicht. Er kann ja sogar erzählen. Aber wenn er denn allen Rollen, auch in anderen Kinofilmen, ob Stonk, ob... Ach so, okay. Auch das durchzieht, dann ist es doch ein bisschen harmselig. Für mich. Ich meine, du war ein guter Schauspieler, Winnetou. Dann ist es nicht die Rolle. Dann ist es seine Art zu spielen. Vor allem Winnetou haben sie natürlich in Ex-Jugoslawien gedreht, oder? Da kommt er mir blöd am Set. Der hat mich behandelt, als wäre ich ein Stück Scheiße. Ernsthaft, als wäre ich so ein Aufnahme-Boy. Haben Sie immer sehen die Nummer, oder was? Aber ich bin Darsteller. Nein, immer. Auch überhaupt die ganze Zeit. Wir mussten uns ja in Düsseldorf aufhalten. Wir haben Kripo Duisburg in Düsseldorf gespielt. Da haben wir auch mal, der Zillig war ein Lacher. Ich und Steffen Wink, Drehpause, sind in so einer Eingangspassage in Düsseldorf und haben ja unsere Dienstausweise. Wir sind ja Kripo Duisburg. Kommt so ein klassischer, gerne groß. 600er Mercedes-Benz, will jetzt in die Fußgängerzone. Wo wir hinten drehen, hat er nicht gesehen. Wir halten den beide so an, Tür auf, zeigen beide unsere Ausweise. Sie müssen aussteigen bitte, wir brauchen ein Fahrzeug. Gefahr im Fahrzug. Ja, selbstverständlich. Steigt aus seinem laufenden 600er aus. Steffen fängt schon so nach hinten an zu lachen. Setzt sich neben mich auf dem Beifahrer, Eckfahrer gleich los. Einmal ums Karree. Haben auch alle mitbekommen. Aufnahmeleiter, habt ihr eine Macke? Und so weiter, macht ihr das? Wir nutzen gerade mal die Möglichkeiten. Aber das Auto ist freiwillig, der Vollidiot auf so einen Kack-Filmausweis. Pass auf. Und wir fahren dann zurück, guckt wieder an. Der Typ stand so da. Ja, wie wurde es gerade gesagt? Das sind ja gar keine Produzenten. Darf ich jetzt wieder mein Auto haben? Und ich so, ja, entschuldige. Wir haben ihn dann bearmt. Dann durfte er auch Kaffee beim Catering. Und hat noch einen Kuchen bekommen. Und das ging nicht, ja. War ein toller Tag für ihn. Aber wie blöd kann man denn sein? Da kommt so ein Vogel wie Ekoff dich zu. Hau dir da einfach nur so. Hätte ich auch meine Monatskarte zeigen können. Wäre der auch ausgestiegen. Egal, auch wenn der Ausweis echt ist. Das erste, was ich sage, läuft nicht. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das finde ich so geil. Diese Schockstarre. Das ist so gerade heute. So ein 150.000 Euro Auto oder so. Ja, und wenn alle so digital dement. Die Leute rennen ja mittlerweile in dich rein. Sie sind ja wirklich kurzsichtig im wahrsten Sinne des Wortes. Bei mir jetzt gerade in den Einkaufszonen sind gerade so jüngere Damen auf mich auch fast umrennen. Ich habe da immer Tiergeräusche. Und sie so auf der Gesichtshöhe. Und ich so. Hey, willst du mich umlaufen? Willst du ein Punch? Bist du ein Footballspieler? Oder was ist denn hier los? Kannst du ja nicht für mich reinlaufen? Also, würdest du die Augen? Ja, ja. Wo ist denn? Komm, hier mal ein Selfie. Noch mal ein Selfie machen. Oh, nicht so tief. Darfst du nicht. Was soll denn der Scheiß? Also, meine Kinder ganz wenig. Die sind viel draußen. Da habe ich Glück. Die Kindsmütter, da habe ich echt Glück gehabt. Obwohl sie mich als Mann gequält haben. Eugen Roth. Ein Mann auf eine Frau vertraut. Ihr deshalb einen Tempel baut. Doch schnell kommt er zu dem Exempel. Für Frauen baut man keine Tempel. Das ist aber wahr. Im Endeffekt gibt es nur ein Peioli oder was? Das ist so und so. Kann ich mal an sein. Das ist nicht immer wahr. Nicht immer, stimmt. Das ist nicht immer wahr. Pass auf, eine kleine Fliege fliegt haarscharf an einem Spinnennetz vorbei. Die Spinne giftet dir hinterher. Dich erwische ich morgen. Die Fliege denkst du mit einer Eintagsfliege. So sieht es aus, ja. Ciao, Bernd. Herr Spechka. Weißt du, es gibt zu viele. In meiner langen Schauspielkarriere mögen mich ja nicht alle so, weil ich auch immer die Wahrheit sagen muss. Ich kann das nicht an. Ich habe das Herz auf der Zunge und bin Berliner Jung. Also fresse. Wenn du mir blöd kommst, kannst du tanzen. Tanz ab. Du verstanden jetzt? Guck dich so blöd da hinten, ja? War ein Witz. Du weißt ja, wo ist jetzt gerade wieder? Meinst du, wir sind das hier nicht? Ja, wir kriegen alles weg. Alter, die Drohnen sind gleich da. Da, 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 da. Ich bin ja auch ein totaler Star Wars Fan, muss ich dazu sagen. Meine Lieblingsfigur bei Star Wars ist natürlich Chewbacca. Der Haarige. Ja, da siehst du ja hier. Ich habe einen Manager, der ist auch Chewbacca-Freunde. Wenn man ihn sieht. Mit diesem Krieg der Sterne kaum konnte ich mich nicht anfreunden. Naja, aber das ist ein Märchen für mich. Ich brauche immer was Visuelle. Wo ich mich dann fand wie Angry Birds auf mein Spiel. Ich habe es gesehen, aber das hat mich nie gecatcht so. So Weltraumfilme, so grundsätzlich eher schwer. Du, wie wir Freimaurer auch sagen, auch wenn ich nicht deiner Meinung bin, werde ich mich entschieden dafür einsetzen, dass du deine Meinung frei sagen darfst. Humanitati. Das ist so, weißt du, wenn ich nicht deiner Meinung bin, dann kann ich ja auch gehen. Aber diese Aggro, weißt du, schon auf dem Schulhof hängt das ja an. Was hast du gesagt? Ja, du hudeln so, das ist ja auch das Thema. Junge Jugendliche, keine Schamhaare. Das hatten wir gestern mit David auch. Und Kinder denken, sie sind Abu Shaka. Und guck mal, ey, was du hudeln so? Und ich so, du, weißt du, erst mal meine Mutter, kannst du mir Arschloch alles sagen? Habibi. Und dann machen die so, wenn die Inder in ihrer Sprache kommt, die kann gleich in die Hose kackt. Muss ja nichts mehr machen. Okay. Wieso, ey. Es ist ja auch wichtig, dass sie von ihren eigenen Leuten auch Ansagen kriegen. Vor allem zu Hause gibts nicht auf den Popo von Mama. Die halten sich ja in den Einkaufszeiten, verstehe ich ja auch. Weil wir haben ja keine Ressourcen. Wir haben ja auch wirklich, zur Zeit will auch keiner mehr Lehrer werden. Die haben Schiss auf die Fresse zu bekommen, die Lehrer. Ja, ich weiß. Die werden im Klassenraum bedroht. Dann kommt der Metin, der ist gerade in 12 und sagt, das ist keine Fresseaufgabe. Und dann, naja, dann setzt sich doch, wenn die so, du, jetzt dein Fresse haltet. So richtig haben sie es schon über mit Videocamps gezeigt. Da traut sich der Lehrer dann wirklich morgens nicht mehr in den Klassenraum. Ja, deswegen. Das ist so grob, Alter. Ja. Deswegen schon vor Jahren auch hier Schulen mit Detektoren etc. Obwohl, da habe ich wieder hier für Micky Kuratz, ist Miguel Cura von den Sicherheitsfirmen auch Alexa und Iskait Moore. Wie wäre es denn mit Securities in Schulen? Die haben doch Schiss vor so einen Jungs. Da erinnern wir uns, Knopf am Ohr steht, reicht doch. Dann überlegt Metin zweimal auch bei den Lehrer an. Und wir haben wieder Arbeitsplätze. Vor allem, da können die Jungs arbeiten, die vor 10 Jahren noch Stress gemacht haben, das aber mittlerweile gerafft haben und jetzt einen Job brauchen. Genau, das ist eine Rehabilitation. So, genau. Weißt du, was würde da laufen? Kannst du die eigenen Jungs machen? Ich versuch das mal. Ich mach mal meinen Fanclub. Ich hab auch einen Fanclub auf Facebook. Robert-Victor bin ich Fanclub. Und es gibt so viele Leute, gerade wegen diesen ganzen E-Games, die wollen mich als Robby Robb natürlich der Herr der Spiele. Ich war ja auch immer fies zu den Kindern in den Sendungen. Weißt du? Glaube ich sofort. Nee. Ich mag den Honkel nie. Genau die Nummer. Genau die Nummer. Aber die haben es auch genossen, weil sie wurden da, wenn sie verloren haben, von Officer Strager weggebeamt. Also es war dann im Schloss der Spiele für Kinder. Wir haben damals schon Barbarella in Köln, haben wir so einen Lieferservice bekommen, weil junge Kinder dürfen nur eine bestimmte Zeit vor der Kamera stehen, wegen bestimmten Gesetzen, weiß jeder eigentlich. Und wie gesagt, deswegen hatten wir mal drei Schulklassen, weil wir hatten ja drei Sendungen pro Tag. Also ich hatte jeden Tag 15 Mille Bar. Das habe ich ja damals schon aus, weil ich Diskothekenbesitzer war, schon als erster Moderator gesagt, nix Vertrag und Konto. Ich will Bares. Und ich bin mit so einer Matte immer um mich ran. Ich bin richtig, also so wie das dir vorstellt. Wie lange ist das gelaufen? Genau ein Jahr. Genau ein Jahr. Ein Jahr. Jeden Tag drei Drehs. Fünf Tage die Woche oder was? Nein. Achso. Wir haben ja nur zwei, eine Staffel. Also drei Mal. Vier Drehtage für mich. Vier Drehtage. Und danach Back to Berlin. Also 60. Vier Mal 15, 60. Herrlich. Ja, geil. Entschuldigung. Und die Größe mal. Egal. Ich hatte alles von K. Für Kinder an. Für Kinder an. Du? Aber völlig drauf immer. Vermittel mich mal noch. Ja. Das mache ich zum Urlaub ganz gerne. Ja. Aber du kannst dir doch vorstellen. Karhart lagen. Alles gekauft. Anthrazitfarben diese Latzhose. Dann in Cremefarben. In der Farbe. Alle Karhart Mützen bitte. Der war hier oben am Gleispark. Einer der ersten Karhart Läden. Ja, ich habe Karhart auch getragen. Geil. Ich habe das geliebt. War ja auch so robust fest. Teile kannst du auch die Jagdnuch genennen. Die Latzhosen. Geil. Die Latzhosen vom Weinzen. Naja. Und dann hinkend bei mir in der Kirchstraße. Und immer wenn meine Kumpels kamen. Und einer war in meiner Körpergröße. Und ich so. Alter zieh an. Nimm mit. Ich bin nicht so auf Werte. Ich stehe auch auf so ein bisschen außergewöhnliche Sachen. Aber so dass ich das jetzt haben muss. Da bin ich so wirklich drauf. Habe ich dir ja vorhin erzählt. Also ich habe Kumpels. Die geben mir ihre ungetragenen Sachen. Und für mich ist das. Spare Kohle mit meinen drei Kindern. Ja. Braucht man nicht erklären. Sag mal. War denn eigentlich der neue König schon bei uns in Berlin? Will nicht Onkel Charles irgendwann mal kommen? Wer? Der King. Der englische König. Prinz Charles der Dritte. Das interessiert mich so mal gar nicht. Aber der will irgendwann kommen. Mensch. Ich will aber auch mal so mit den Frauen so winden. Nein. Sowas will man nicht. Ach schade. Das will man nicht. Ich dachte. Ihr kommt mit mit Kamerateam. Das wäre ja nun Blaslamie eigentlich. Ich ist mein Brexit-König. Genau. Also das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht verstanden. Ich auch nicht. Wie es gibt noch König. Ja. Warum, Alter? Warte. Was ist da los? Monarchie. Das Wort. Die Ritterzeit ist lange vorbei. Im März noch. Warum also? Das ist genau meine Rede. Das kann ja nicht wahr sein. Ich habe das nie richtig verstanden. Wir rennen hier mit iPhone 12, 14, 18 rum und haben aber noch lange verkehlen. Und wenn nicht einen Tower oder am besten noch einen Taubten. Dann wird aber noch richtige Todesstrafe wieder. Der Ketzer. Hier dieser blondhaarige Vogel. Der der Premier. Der da auch heimliche Soffel und die Kokse hat. Der jetzt rausgeflogen ist. Ja, bestimmt. Aber du hast ein Gesicht vor dir. So ein blondhaariger Zotteltyp. Ja, ja. Ich weiß es. Enkliger Typ. Der letzte Premier. Widerlich. Das ist so, wie man sich diese Lobbyisten alle vorstellt. Das ist ja in dem Wahlkampf jetzt im Neuen von Donald Trump genauso. Jetzt geht er mit dem gleichen Text wieder. I will make America great again. Amerika ist Deutschland. Wir haben euch Werner von Braun rüber geschickt. Danach durfte er mit ihm zum Mond fliehen. Und das war das jüngste Land der Erde. United States of Aids. Ich hab da keinen Respekt vor den Flügeln. Oh mein Gott. Es war gut, dass wir das Format TikTok genannt haben. Nee, aber wenn ich jetzt gerade wieder bei dir hier so sitze, ist ja live, Leute. Heute haben wir den 29.03.2023. Quersumme könnt ihr zu Hause als Rätsel. Er gewinnt einen Lutscher am Olympiastadion und zwei Minuten Gratisgespräch mit Robert-Victor-Minnig. Hast du verstanden? Hast du verstanden? Hast du verstanden, oder? Hast du verstanden, Alter? Ich weiß genau was. Der Schwörer hat mir komisch geguckt, oder? Ja, hat er. Hat er. Hat er schwierig mit Moabit, Alter. Moabit. Ja, Moabit. Türkei, Jugoslav. Du, Lütfensus. Ja? Ja. Was sind jetzt gerade bei dir? Hast du irgendwas in der Pipeline, was dem nicht ansteht? Na, ich bin jetzt seit vier Jahren ohne Agentur jetzt zum Glück mein Partner, mit dem ich auch einen genannten Verein habe, GAC, Genius Art Corporation, e.V. Also leicht zu googeln. Und wenn immer nur auf einer Internetplattform zu kriegen geworden, dann durch meinen Unfall auch sowieso nicht drehfähig, Cast Forward. Und da habe ich dann unter castforward.me at robertviktor-minig. Und da kannst du dann meine letzten aktuellen Filme sehen. Und möchte jetzt natürlich wieder ran, wenn ich einen amtlichen Stoff kriege und muss jetzt kicken. Weißt du, ein arbeitsloser Schauspieler ist nicht nett mit drei Kindern. Ne, ne. Ich bin in den Harz hier auf Stocker, aber ich bin noch am Leben. Also ich beschwere mich auch nicht. Ja, und die Produktion hat sich in den letzten zwei Jahren bis vielleicht genau pünktlich wie ich irgendwie krank gewesen und mir auch rausgefallen, weil sowieso... Corona-Quatsch. Ja, ja. Das ist klar. Aber ich lebe ja mit meinen 36 Jahren Filmkarriere vom Wiederholungshonorar. Jedes Mal, wenn irgendwas von mir läuft, kriege ich dann den sogenannten Tantiemen. Ja, ja. Und das rettet mich dann manchmal. Mal kommt ein 150er, mal kommen 400er, weil zwei Schimanskis hintereinander herlaufen sind. Aber nie mit Ansage. Das ist dann nochmal Überraschung. Da freust du dich auf der Sparkasse in der Automat, dass auf einmal nicht drei Cent steht, sondern 142,60. Ja, ja. Dann kann ich mir dann wieder mal was besseres zu essen holen. Aber ich bin in guten Shape. Also, das bisschen, was ich esse, kann ich auch trinken, oder? Den kenne ich auch darüber nach. Den kenne ich auch darüber nach. Den kenne ich auch darüber nach. Das sind die alten Kneipensprüche immer. Ich bin ja so ein Kneipenkind. Ein Moabit gewesen. Mein Vater war Alkoholiker. Und die sind aber auch sympathische Lacher. Ja. Also, ich hab da jetzt nicht nur die durchgeknallten besoffenen Schläger, sondern dann sind so die Berliner Ecktypen. Die haben einen geilen Spruch am Leipen. Ja, die Berliner Kneipen. Schmalzstulle. Jedes Mal, wenn ich hier irgendwie zufälligerweise mal besucht habe, ich war mit Morlock Dilemma mal in so einer Kneipe oder so. Ja, geil, geil. So eine richtige Kiezkneipe. Und das hat schon seinen eigenen Flair und Flavor. Aber das ist ja geil. Das macht schon Spaß. Die Wirtin hinter dem Tresen, die war der Knaller, die war der Knaller. Also, so ein altes Mutschen, aber so eine Fresse, Alter. Und so alles. Die hat so alle den Text drauf. Ja, ja, egal. Egal, was sie hört. Die ist dann doch gleich deine Mutter. Ja, so ungefähr. Die sagt, du siehst mir aber schwach, du isst jetzt erstmal was. Nee, ich hab keine Kohle, weißt du, ich wollte ein Bierchen anschreiben. Nein, du isst erstmal was. Dann bringt die auf immer Bulette mit Kartoffelsalat. Ja, ist doch cool. So was, weißt du, diese echte. Ich mag das auch sehr gerne. Nee, aber es ist auch so ehrlich. Ja, das ist so einfach. Sie wollen da nicht wieder was zurückhaben. Das ist das Ehrliche. Ja, so einfach und direkt halt. Und Geselligkeit, das haben wir Jugos auch ganz gut drauf, auf so Festen. Ja, ich weiß. Ich bin kein Veganer, nicht böse sein, aber so viel esse ich auch nicht. Also aber zwischendurch ein bisschen, ich bin eben so ein dünner Hering. So, wisst ihr, dünner Hering. Ja, das ist ja auch so. Aber wir gucken gerade, dass wir ein bisschen weniger Fleisch... Was heißt ein bisschen weniger? Wir essen sehr viel weniger Fleisch. Ist ja auch sinnvoll. Sowohl für die Tiere, als auch für Umwelt, etc. Man muss ja dann auch immer... Man kann ja mit dem Wissen auch rosieren gehen. Gerade jetzt zu dieser Verschwörungstheoretiker. Und damals waren es die Schemtrails. Und jetzt ist es das. Oder nächstes Mal. Oder jedes Mal. Hauptsache, die können ein bisschen krakehlen. Ich verstehe das ja. Das gibt es sogar in der Psychotherapie Schreiterapien. Dann gehen sie dann mit dir in den Wald. Dann kannst du da mal abschreien und alle beschimpfen. Und dann kommst du nach zwei Wochen Schreierei, kommst du echt entspannt wieder. Sollte ich auch schon machen in der Therapie. Das ist auch noch Anti-Aggression, wie sie es auch immer nennen. Aber ich finde es schon nicht schlecht, dass sie sowas anbieten. Ja, ich habe mich einfach nur dumm dabei gefühlt. Ich auch, das mache ich sowas nicht. Nach zwei Tagen habe ich es entlarvt. Das habe ich dann auch gesagt. Weil die anderen nerven mich dann. Aber ich weiß, dass das schon auch so sein. Aber da muss mal jeder seinen eigenen Weg finden. Und nicht für jeden ist Bäume anscheinend. Das ist ja die Individualität. Du, der eine kokst und wird still, wie ich. Der andere zieht eine Nase. Du wirst still. Ich werde nur vom Kiffen, wie jetzt auch. Wir haben echt leckere Materie gerade. Ich brauche das auch, weil ich war Kampftaucher. Ich hatte sieben Rippenbrüche. Und das ist für mich eine Form von somatischer, homöopathisch unterstützenden Genesung. Sehr zu empfehlen. Atme tief, ohne Angst. Ja, seit dem Rauchen stehst du auf jeden Fall nicht mehr still. Ja, bis bald. To be continued. Bei Kokain bist du eher so introvertiert. Ich bin dann total still. Dann denken alle so, was ist denn los mit dir, Viktor? Und ich sag dann einfach nichts. Und auch ruhig? Nein, nur total ruhig. Ich kau auch nicht nix. Und das Schlimmste ist aber, dass ich dann viel saufe dazu. Weißt du, für was das ein Anzeichen ist? Wenn du auf Kokain oder auf Speed oder so ruhig wirst? Ja, was ist denn? Und ADHS? Bluthochdruck. ADHS? Ach, ADHS? Auch nicht. Ritalin und der Quatsch. Hör auf jetzt. Ich geh kurz fest. Hey, back again. Gut, dass ihr eingeschaltet seid. Hier könnt ihr noch was lernen. Ja, hier könnt ihr noch was lernen. Auf jeden Fall. Schön zu hören, was der Mann in Zukunft sagt. Ich bin nicht der letzte Gast. Du hast das verstanden, ja? Du hast das doch verstanden. So, wir haben noch lange nicht alles aus deinem Leben. Ach, da haben wir auf. Autobiografie kommt, wenn ich 66 bin. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Ich bin Udo Jürgens Fan. Das hatten wir eben auch schon. Aber bitte mit Sahne. Das hatten wir eben auch schon. Bitte mit Sahne, genau. Denkst schon wieder ans Franz-Freudchen, ne? Ich merke das schon. Das ist ein Typ, ich sag das. Willst du noch irgendwas loswerden? Kannst du noch so eine Lebensweisheit für uns? Oder so ein Lebensmotto von dir? Hast du ein Lebensmotto? Ja, ich hab ein Lebensmotto, tatsächlich. Es ist nett, wichtig zu sein, aber wichtiger, nett zu sein. Da muss man nachdenken. Es ist wichtig zu sein, ja. Du kannst ja super VIP-Diplomaten-Söhnchen. Sei aber nett. Das ist scheißegal. Du bist ja in Berlin. Nett sein. Sonst haue. Ja. Oder Osmanische Schelle. Das mit dem Lebensmotto finde ich eigentlich ganz cool. Das ist ein ziemlich gutes Motto. Aber immer höflich bleiben. Ja, immer höflich bleiben. Du, wenn du mich nicht magst, Straßenseite wechseln. Ich kann auch gehen. Ich bin nicht Everybody's Darling. Ich hab leider viel zu lange nach dem Lebensmotto meines Vaters gelebt, ohne es zu wissen. Oh, warte. So. Mein Vater hat es dann in Worte gefasst. Ich wusste es vorher nicht, dass das so mein Ding ist. Ich hab das halt immer anders formuliert. Mein Vater hat immer gesagt, wer arbeiten geht, hat keine Zeit, um Geld zu verdienen. Oh, nicht schlecht. Mein verstorbener Vater, der hat mir ein einziges Gedicht hinterlassen. Ich bin ich, auch wenn ich eine Ratte wär, im Gulli wär ich ich. Und da stehe ich auch zu. Ich bin wirklich, sei wer du bist oder erzähl, da bist ich Heidi Klum, dass du Nagelpilzcreme für sie hast. Verstehst du? Also, da bin ich echt durch. Ich gebe aber zu, als ich starte, also so zu Eisbärzeiten mit Til Schweiger, da hat er halt ja ein Ding nach dem anderen gedreht. Von Schimanski, dann Soko, alle Polizeiserien durch. Ich hab das alles dann irgendwann nicht mitgeguckt, das wurde mir zu viel. Wenn du das selber auch machst, dann ist das für dich noch kein Reiz mehr, schauspielerisch. Ich war dann mal da und da war nur noch welche Waffe. Soll ich dich sanktionieren mit einer Metallgitarrenseite oder darf ich diesmal schießen, diesmal ein Schmetterlingsmesser. Irgendwann ist das dann für mich kein Bösewicht mehr. Ja, ich denke, was willst du denn jetzt noch? Ich wollte ja immer mal einen taubstummen Pfarrer spielen. Habe ich bisher noch nicht geschafft. Einen taubstummen Pfarrer. In schwarz-weiß mit schwarz-weiß Bild. Was will uns der Interpret damit sagen? Oder halt auch nicht. Taubstummen Pfarrer. Ich kannte taubstummen Sprachen noch nicht so gut. Aber kennst du immer diese kleinen Kästchen? Weil so politische Serien, wo dann dann für Gehörlose ist dann einer, der dann unten... Und da gab es so diesen einen Legendären, der bis zum Präsidenten, hinter Präsidenten Obama stand und totale Scheiße da übersetzt hat. Der war gar kein taubstummen. Ey, jetzt ernsthaft? Das ist ernsthaft. Der ging auch durch die ganze Presse. Ich dachte, ich spinne. Eigentlich will der Präsident gerade zwei Lutscher lutschen und so. Na, ich weiß gar nicht, wo die Lutscher sind. Die Taubstummen können es nicht melden. Nein, die können es nicht melden. Ist das grob? Er wurde aber entlarvt. Er hat dann eine kleine Strafe bekommen. Irgendwann war mal einer, die wirklich die Gebärdensprache kann, auch live vor Ort. Und hat den Anwesenden... Deswegen steht er ja da auf dem Podest neben dem Präsidenten. Ne, auch einer, der ihm zugeguckt hat. Ach so. So. Und dann hat ein Taubstummen, also so muss es aufgeflogen sein, direkt gesagt, hey, der besetzt das nicht richtig. Der sagt, der... Nein, der steht direkt hinter Präsidenten. So dicht auf der Jacky Nahan, der nicht dazugehört. Dit war doch der Lacher. Ja, ja, klar. Natürlich, der durfte dorthin, aber... Weil keiner von denen, die Taubstummen sind oder Gebärdensprache können, das kontrolliert hat. Ja. Nur deswegen ist er ja dahin gekommen. Ja, aber viel später erst. Das ist ja der Shit. Die anderen waren gar nicht so dicht dran. Irgendwann ist... Da gibt's tausende Aufzeichnungen von, da sind zig Kameras gelaufen. Irgendwann wird es ein Taubstummer gesehen haben und gesagt, was macht der denn da? Apropos Geräusche. Aber warum macht der denn so Faxen hinter dem Präsident? Will der uns irgendwas sagen? So, aber wenn der nicht wirklich Gebärdensprache spricht, dann hampelt der einfach nur rum. Verstehst du? Aber wo wir von Geräuschen gerade reden, André, kennst du den Unterschied zwischen einem Menschen, der vom zehnten Stock fällt und einer, der aus dem ersten Stock fällt? Pass auf. Der aus dem zehnten. Der aus dem ersten. Genau. Ich liebe den. Ich kann dir einen anderen. Geräuschwitz, Halpert. Geräuschwitz. Geräuschwitz, diese Kandikurier waren mir ein bisschen. Ja, ich hab schon sowas mitgekriegt. Weil man sich dir das doch vorstellt. Ja, du hast ein Geräusch und ja, okay, geil. Pass auf, noch ein Geräuschewitz, willst du noch einen? Ja, komm. Pass auf, ein eifersüchtiger Ehemann ist halbtags tätig und ist der Meinung, seine Frau betrügt ihn. Und um das irgendwie zu checken, geht er in die Zoohandlung und will einen Papagei kaufen. Er kommt in die Zoohandlung. Ja, komm so her, haben sie jetzt hier einen Papagei? Ja, da hinten, der da. Ja, was kostet das Ding? 2,50? Ja, gib her das Teil. Nächsten Tag, er kommt nachmittags nach Hause, fragt den Papagei. Und, Frauchen, Besuch? Da war überhaupt noch jemand hier. Das Viech macht keinen Ton. Er nächsten Morgen in die Zoohandlung mit so einer Krause. Ey, dein scheiß Vogel macht ja nix, das soll nicht. Auf immer unten ein Pudel. Wie, du verstehst mich? Ja, da denkt den Pudel, hier hast du ein Kackvogel. Er nächsten Tag kommt nach Hause, fragt den Pudel. Und, hat der Frauchen Besuch? Da ist der Postmutter. Und, waren sie im Schlafzimmer? Und, was haben sie denn gemacht? Geräuschewitz. Geräuschewitz. Und ich bin damals, ich hab ja die Witze auch noch von jemand anders erzählt bekommen. Ich hab bloß dieses, mein Gehirn, ich speichere mir die Dinger alle ab. Ich hab das auch noch, weiß ich nicht, eine Krankheit. Aber ich speichere unglaublich viele Sachen ab. Auch gerade einen Schauspieltext hab ich mit einmal lesend drauf. Also nennt man auch fotorealistisches Gedächtnis, was auch immer du für ein Freund von willst. Hast du recht? Ja, ich mach einmal, guck auf den Texten, danach Textprobe. Bei mir ist es so, ich lese die Stelle, dann bin ich unten angekommen, dann frage ich mich, äh, was? Und dann lese ich diese Stelle. Ja, ja, das ist das Schlimmste. Den darfst du nicht machen. Wenn die Sinnlosigkeit beim Lesen eines leichter war. Vor allem bei Fachbüchern oder so. Ey, der kriegt halt seine Macke. Was? So. Da musst du halt nochmal von vorne anfangen. Aber ja. Da beneide ich dich drum. Das würde mir gut stehen. Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja so Kompositor, zusammengesetzte Substantive. Und dann hat irgendwann mal Wolfgang Neuss, da kam seine Tochter, die noch lebende Henriette Wexell, kam rein und war damals, die dachte sowieso, sie ist hippie und hatte LSD-Probleme, bla 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 und kommt wirklich, aber mit Tüchern und allen kommt die rein. Die sah wirklich aus, als wenn sie aus Woodstock rübergebeamt wurde. Und Wolfgang guckt so hoch, seine eigene Tochter. Was ist denn das für ein Rummel-Nutten-Fummel? Rummel-Nutten-Fummel. Das Wort alleine, Rummel-Nutten-Fummel. Ich liebe das ja. Weil damals gab es doch bei Black Blackie, äh, Fuchsbarger, gab es doch so eine Sendung, wo du so mit Buchstaben Sprichwörter raten musstest. Und dann gab es ja die jahreszeitbedingte Körperbetätigung. Frühlingsrolle. Die haben doch jetzt Frühling. Ende März, Frühling. Ich bin April wieder. Mach die Tür zu, ich will durch. Nicht vergessen. Witter. Ja, so mit den gekrümmten Hörnern. Buster Rimes hat ein Video, das beginnt, wo du richtig in der echten Natur siehst, wie die von oben am Berg, wie die wirklich Schädel an Schädel knallen. Ich kenn das. Alter, BÄM! So schlimm bin ich nicht. Den Kopfschmerl schwach ich mir. Den kannst du dir schwach. Alter Schwede, wie die aufeinander ballern. Naja, aber das sind Bockige, was ich da so rein. Du bist dann nach dem Steinbock der erste Wassermann. Hast du Glück ja. Ja, direkt. Ich dachte, du wärst Steinbock. Oh, warte. Ja, mal gucken. Ich bin ja direkt dran. Ich weiß nicht, vielleicht hab ich noch ein bisschen davon mitgekriegt. Was ist denn mit den Zuschauern? Aber die sind doch nett, wa? Die sind alle super nett. Die lieben uns. Wie viele Klicks haben wir da im Hintergrund, Chef? So, ihr Lieben. Ich glaube, ihr hattet einen tollen Einblick in Robert Victor Minnis Leben heute bekommen. Googelt ihn einfach. Guckt auf seinen Seiten. Wenn ihr mich live seht, einfach anquatschen. Einfach vollquatschen. Einfach vollquatschen. Mein Manager erledigt das für mich. Ich hab einen Manager. Bei Rio Reiser hab ich mitgemacht in dem Video. Echt? Der Manager. Ernsthaft? Kannst du sehen? YouTube? Mein Manager erledigt das für mich. Ich spiel so eine kleine Tucke in Strickhose mit Peitsche. Halt die Tal. Oh mein Gott. Okay. Wir müssen ganz schnell raus hier. Wir müssen hier ganz schnell raus. Haut da rein, ihr Lieben. Guckt nach Robert und seinen Dingen, die er da im Netz versteckt hat. Und quatscht ihn gerne auf der Straße an. Er hat da Bock drauf. Yes. Echt? In diesem Sinne. Haut da rein, ihr Lieben. Kinderprogramm Untertitelung des ZDF, 2020